So, wir nehmen jetzt die Netzwerkstation ein hier, dafür nehmen wir mal hier unsere MP mit dem ausgrößelten Granatwerfer und dann würde ich sagen, let's go! Die bösen Jungs haben den Knall gehört. Oh, dann haben wir nur begrenzte Zeit hier. Sie wissen von uns. Oh, lacht nach. Ist hier noch wer? Hier drüben alles sauber. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wird das noch was? Alter, das ging ja mega schnell. Ich dachte, das dauert viel länger und es sind auch viel mehr Leute. Junge, easy peasy. Es geht doch noch einen nach oben oder was? Ne, das ist abgespielt hier. Ab in den Heli und let's go! So, direkt nächste Aufgabe hier den Hubschrauber stehlen. Würde ich sagen, landen wir hier mal daneben. Hier ist ein bisschen Besatzung. Oh Gott, sind hier viele Leute. Junge, sind das wieder viele. Okay, Teammates. Teammates, ihr helft mit. Gehe in Position. Brauche neue Position. Wir haben sie aufgescheucht. Ja, okay, let's go. Dann kann ich einfach rein rein. Oh, ich kann hier nicht durchschießen. Okay, komm. Jetzt ist egal. LMG und rein. Der wird lokal, der muss er jetzt. Ey, der hatte vier GEA. Huuuh, Dauerfeuer! Granate, Vorsicht! Ist der tot? Ja. Es leckt Hilfe. Da ist noch einer. Den haben wir auch. Okay, sind alle weg. So, let's go. Dann stehen wir denen. Alles sauber. Fahren. So, wo müssen wir hin? Ja, das geht ja. Ein bisschen Hubschrauber fliegen. Zwei Kilometer. Was ist für ein doofes Piepen? Piep. Landanflug. Alter, was ne samtige Landung. Ich liebe auch gerade mein Spiel. Geil. Als nächstes würde ich sagen, Rasenwil. Ah, das ist immer doof. Das Flugzeug stehlen. Jo. Dann flitze ich da mal eben hin. So, Freunde. Wir sind angekommen. Jetzt fehlen wir das nächste Zugschrift. Sehe Kartellschürzen mit schwerem MG. Ja, kommt natürlich ist denn sie weg. Im Flugfeld. Da ist einer. Da ist einer. Noch ein Tango. Hier waren noch. Oh. Braucht mal eine bessere Position hier. Eins, zwei. Da steht noch einer. Da ist der letzte. Dann machen wir eins, zwei, drei. Kommt, T-Mails. Einmal anmarkieren. Anrisieren. Und schießen. Zeichen. Jetzt. Da ist noch einer. Ah. Falsche Waffe. Ja, jetzt. Egal. Ja, ich kann da nicht durchschießen. Ach komm, wir machen mit. Granatwehr war das lustig. Wir wissen von uns. Der hat nicht nachgeladen, ey. Ach, Schmutz. Ey. Alter. Junge. Hat mein Teammate auf das scheiß Ding geschossen. Auf das Transportflugzeug. Deswegen können wir jetzt nicht fliegen, oder was? Alter, ihr seid so nutzlos. Ah, das kommt gar nicht so weit. Das gibt's nicht, ne? Springt er einfach mit dem Fallschirm aus, ey. Ich fass es nicht. Aber egal, gut. Dann können wir nämlich die andere Quest hier nochmal machen, die da oben. Ist das noch weit? Ah, zu Fuß irgendwie schon. Wir skippen das einmal. Okay, skip. Wir sind jetzt angekommen und greifen von hinten an. Ich hoffe, dass das besser funktioniert. Diesmal wissen wir, dass es auf jeden Fall fünf sind. Da ist noch ein Tanker. Da ist noch ein Tanker. Da ist noch ein Tanker. Noch ein Dritter, ich habe jetzt hier mit Maschinenpistole. Hier ist Ziel Nummer fünf. Gehe in Position. Die da hinten, die schieße ich schon mal nicht ab. Brauche neue Position. Ich sehe das Ziel, der konnte gehen Position. Die drei wäre jetzt schon echt geil. Die anderen Baller, ich habe. Angriff. Der Tango ist hin. Jetzt checkt noch gar nichts. Granatwerfer. BAM! Oh, geil, Alter. Das macht richtig Spaß. So, jetzt stillen wir das Ding. Wieder fliegen. Ich flicke. Okay. Nach da unten. Okay. Alle einsteigen. Außer der letzte. Gut. Kein Platz mehr. Ich bin bereit. Oh, Alter. Was ist das für eine Steuerung? Okay. Okay. Alter, es sah richtig smooth aus. Alter, als hätte ich nie was anderes gemacht. Alter, wir haben richtig Speed drauf. Wie bremst ich denn gleich ab? Machen wir das wie mit den anderen Helis? Oh, mein Gott. Landeanflug. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. War das geil. Alter, ich dachte, ich krach volle Kanne auf. Alter, einfach so scharf. Kann das jemand stoppen? Es wird immer weiter. So, das waren drei Aufträge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Kommen noch mehr Videos. Ich mache noch Story und so weiter. Ich werde das jetzt alles mal aufnehmen, weil das Spiel macht mir mittlerweile so viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, ein paar Runden angucken. Dann viel Spaß mit den Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.